Die beiden Stationen für mich als junger Spieler, damals mit 17 Jahren, 1989 nach Leverkusen bis 1993, die waren für mich prägend, für mein Leben, für meine Persönlichkeit, auch die ersten Schritte als Profi da gemacht zu haben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich nach den beiden Aufstiegen mit Regensburg die Chance in Leverkusen bekommen habe. Und wir hatten ja auch das erste Jahr sehr erfolgreich und im zweiten Jahr war ja nach einem schlechten Start mit drei Niederlagen hintereinander, haben ja auch noch die Kurve gekriegt, in allen Wettbewerben weitergekommen, in der Euroleague erster geworden, im Pokal überwinter, dann in Mönchengladbach 5-1 gewonnen. Der Zeitpunkt war sicherlich für mich überraschend. Da ist man natürlich nicht glücklich drüber in dem Moment, aber die Dankbarkeit überwiegt trotzdem, dass ich da die Chance bekommen habe und ich denke da immer positiv zurück. zurückflucht.